Was Geld? Mit pinken Bändern, aha. Hast du einen Plan? Ich gehe in, öffne die Sicherheitsbedingung. Geh die Scheiße und dann komm raus. Du denkst wirklich, dass die Morgenstelle nicht objektiv werden? Nein. Ich mag, wo das geht. Nur bereit, wenn ich rauskomme. Oh, ich werde bereit, okay. Ich komme jetzt raus. Bleib meine Scheiße auf, bis ich etwas zu finden kann. Ich gucke dich. Haben wir ein paar gute Scheiße bekommen? Hell yeah. Ops. Ich sollte auf ihn achten. Ich darf aber losfeuern. Was? Ops. Wenn ich zu früh schieße, kriegt er auch aufs Maul. Ist doch scheiße. Ich weiß, ich muss schon sehr früh reagieren und auch nicht aufs Maul nicht gehen. Und es macht Boom, wenn ich dich sehe. No, Adam. Ich gebe mir selber Schauen damit, dass es euch behindert. A kleine Hilfe von da oben da wäre vielleicht toll. Wir spielen! Nop! Fatus! Ja, ich bin noch dabei, ach so, bei den Bullen. Das Auto hat auch schon so einiges abbekommen. Ach, wir fahren sogar gerade lang. Ah, genau getroffen. Multi-Kill-Kill-Kill. Ok. Ich glaub, das wäre zu verbreitet, als dass es das hier auch geben würde. Schornschwein. Ich treffe dich. Oh, hier ist dein Haus. Ups. Nein, 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 nein. Jetzt wird's abgefuckt. Okay, das finde ich jetzt mal richtig nicht schön. Ich seh ich schon tot. Na komm schon. Protector Homies. Nicht einfach wegzoomen. Oh, ich hab sie getroffen, ohne zu zoomen. Sollte jetzt auch nicht so der Big Deal sein. Ja. Okay. Ich hab' ne Statistik zum Schluss, wie viele Leute man getötet hat. Das wäre ja cool. Ach, wo ist er denn schon? Da ist er denn schon. Ach, da kommen noch welche. Flupp. Hey. Flupp. 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 müsste jeder schutz sitzen ich habe lange zeit die t gespielt haben naja ut damals es war so schön mit 144 headshots aus dem match rausgegangen 144 und ich war der flag carrier damals in ut was waren das 99 müsste das gewesen seien es geschafft guardian angel complete cash nur so wenig respekt nur so wenig morningstar destruction control 82 per hour doch so viel start guardian angel ich war das gar nicht officer es waren ganz andere leute hey glaub mir doch so ein homo homos kommen niemals alleine er will roll die berühmung der rolle zeitlich die zu einstellen auf wieder weg also in gta ging ja einziehen er ist der reifen kaputt welcher idiot schießt noch so ein schönes motorrad seid ihr wie behindert das ist doch kacke ah gps shortcut anlocken ist ja auch cool okay so kann man definitiv nicht mehr fahren dann nehmen wir uns doch mal schön unsere faust nach krassen gangsters soll ich euch mal sagen ich finde das so ulkig wie die zermatschen den engel wollte ich nicht töten was passiert wenn ich damit auf dem auto rauf haue mein handy vibriert warum vibriert mein handy warum ich eine neue nachricht pfff oh da war ein bulle okay das sollte man definitiv nicht machen schuldigung ich sollte aufhören so viel Mist zu bauen ja ich hätte schon den radio kanal zickseln ach so da war es schon so dann gehen wir einfach mal ein gas um hier irgendwie wegzukommen was das denn da schön ist da ist ein komisches austauschzeichen warum auch immer wofür das auch immer stehen mag okay da ist eine tonne die kann man natürlich nicht umfassen polizei fahndung nimmt ab oder was bedeutet das wenn es so schwach blinkt so jetzt ist es weg äh kurz aufs handy gucken so jetzt gehen wir einfach polizei äh 6 Uhr bitte eine Waffe weg von m m m m m okay genug mit komischen geräuschen bitte dann wird ja gerade ausfahren ich dachte gerade wichtig wäre das hier rausgeflogen ist aber jetzt ziehe ich raus noch nicht geil ich glaube ihr wisst was jetzt kommt ich hoffe mich sauber zu machen dann kann man das ein bisschen mehr anlauf sogar nehmen hier noch ein stück noch ein stück noch ein stück soo ich bin es war jetzt nicht so cool motorrad würde ich das gerne machen ja ab und zu zwischen der Mission muss auch mal ein bisschen scheiße sein das ist einfach der Charme von solchen Spielen das man halt scheiße machen kann das Ding hat ja hier leider kein Nitro deswegen mit dem Motorrad das wäre schon cool ah okay also wenn man markierte feindliche Gangmitglieder tötet kriegt man irgendwann das Territorium das ist ja gut zu wissen ist das zum Beispiel was wie da links oder was ist das da links ist Alter Falter Falter E E E E E E E E Stattel mal kurz aus den richtigen ich bin E 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 nichts gut ist gut ist gut ich brauche ein auto so jetzt muss ich irgendwie schnell davon kommen ach du scheiße das könnte ich mir kaufen ja super das bringt mir gerade mal gar nichts weil so viel Geld habe ich gar nicht ich könnte aber ich glaube ich verfolge gerade immer noch einen Moment das war eine schlechte Idee ich werde zwar und dabei zu schießen mein Eifen kaputt ich will doch nur meine Sterne loswerden das sind Sterne ich brauche einen Unterschlupf ich brauche einen Unterschlupf wo kriege ich einen Unterschlupf her die Karre muss doch komplett im Arsch sein die fahren mich doch um die fahren mich doch um ich will hier gerade keine Gang Operation clean Leute so bitte lasst mich mal in Ruhe wo ist die Maus los ok so ist ein jetzt einfach nur fahren Enter Ctrl control charge warum will er dass ich spawn drücke? ist so viel blöd es gefällt mir noch ein bisschen mehr die musik, wer hört auf so einem ding klassische musik beziehungsweise zeig mir mal bitte wo hier das radio ist und die lautsprecher da ist eine werkstattkammer, motorräder tunen nein es geht nicht wirklich und nitro kommen wir auch noch rein upgrade tower will give you the acceleration as to win those retraser avoid actualization ja becky wills nämlich eher vom aussehen attune nee nehmerschön 2 front fenders wir können es ja fronten mods auch wenn das komplett scheiss aussieht ich nehm das einfach mal gas tank dann 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 Bis zum nächsten Mal.